So meine Freunde, ihr seht ihr vor mir. Heute geht es um das neue saisonale Impulsgewehr, was bei mir leider noch nicht gecraftet ist, denn die Red Frames haben absolut keinen Bock zu mir zu kommen. Aber ich muss es trotzdem unbedingt ausprobieren, weil das Ding mega interessant ist. Erstmal kurz den Roll, den ich als Base Roll bezeichne, weil ich glaube absolut jeder von uns hat denselben bekommen. Mit gekammerter Kompensator, weitmündige Magazinschaft, Daten noch auf Abstand, Reibungssphäre und den neuen Origin-Trade, zu dem wir gleich kommen, mit Masswork, Stabi und natürlich Gegengewichtschaft. Ihr wisst, das mache ich überall drauf. 450 Feuerrate, eins meiner, ich sag mal, nicht gerade favorisierten Impulsgewehre, aber das Ding hat sich echt extrem nice angefühlt. 69 Stabi war mehr als genug, es war wirklich extrem stabil. 28 Range sieht nach sehr wenig aus, aber erstmal bekommen wir mit auf Abstand plus 10 Reichweite obendrauf, was uns da schon mal geholfen hat. Und der neue Origin-Trade, Rache des Drachens, ist absolut crazy. Erstmal, wie aktiviert er sich? Indem Verbündete sterben oder wir low sind. Und was im Quick Play sehr oft passiert. Das heißt, da haben wir fast durch die Rache des Drachen aktiv. Und ihr wisst es genauso gut wie ich, im Quick Play seid ihr doch mal öfter mit eurem Team zusammen. Und wenn ihr dann low seid oder euer Team mit neben euch stirbt, habt ihr automatisch die Rache des Drachen aktiv. Und sobald es aktiv ist, habt ihr automatisch mehr Reichweite, mehr Handhabung. Laderade bringt uns jetzt relativ wenig mit dem Pulsgewehr, aber dazu noch ein komplett volles Magazin, das einfach einmal for free aufgefüllt wird. Also das ist ein richtig geiler Perk, der im Quick Play eigentlich durchgehend aktiviert wird. Zumindest bei mir ist er relativ häufig aktiv gewesen. Und ich denke auch in Trials-Comp kann dir echt wichtig sein. Schreckstrich sich echt gut anfühlen. Das heißt, im Umkehrschluss haben wir auf jeden Fall mehr als 28 Reichweite oder 38 mit Keepaway. Und das hat man auf jeden Fall ziemlich, ziemlich, ziemlich gut gemerkt. Das Ding fühlt sich extrem leise. Und das ist auf jeden Fall die Waffe, die ich die Season am meisten craften will. Ich hoffe, das geht sehr schnell. Und von da würde ich sagen, ich habe mehr als genug geschwärmt. Ab ins Gameplay, let's go. Oh, nicht ganz weit hervorkommen. Nichts kann dich aufhalten. Warum schreist du mich so an? Tut mir leid. Was ist der Full-Damage von dem Ding? 24, I guess. Ah, toll. Das müsste ich selber nachladen jetzt mal. Beeil dich. Lauf zum nächstgelegenen Depot. Rechts an dem. Tschüss, schön schnell. Leiche. Ah, ich muss es selbst nachladen, weil was. Ah, nee, denn zum Arbeitstier. Aber es ist im Amtium nicht verarmt. Aber ich finde, heavy. Geist tot. Warum? Warum? Eine Einheit. Das sehe ich gern. Okay, ich sollte aufhören, mit dem mitzulaufen. Der macht alle weg, die ich anschießen will. Das hat trotzdem auf eine höhere Range den Full-Damage, als ich gedacht habe. Das ist Action ja auch freundlich stabil. Aber der Base-Roy, den man rausbekommt, hat ja viel stabil und gute Rückschlussrichtung. Ja, 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 so was habe ich erwartet. Nein, da ist eine Wand. Ich darf nicht difen. Der hat gar nicht gewusst, wo ich bin. Lul. Oh, Alter, ich bin weit oben. Ah, der überlebt das. Ich muss nicht, oh mein Gott, schmeiß. Ich mache irgendwie nur Assists, ne? Nein. Nein. Nein, nein. Lenk mich nicht ab. Oh mein Gott, ich hasse dich. Ja, ich habe mich schon erwartet, dass es trifft. Das auf jeden Fall. Ich muss das Ding hundertprozentig craften. Das brauche ich auf jeden Fall gecraftet. Ich habe auch keiner, was er gemacht hat. Nur noch eine Minute. Halt. Er ist eine Leiche. Aaaaaaah. Zwei Fahrt herrisch. Mir geht es wunderbar. Alles gut. Das ist ja noch gar nicht. Hilfe. Team. Team. Mein Freund, ich bin da. Wart auf mich. Jetzt beschützt du mich. Das kann euch aufhalten, wenn ihr zusammenkämpft. Nichts. Zweifach erwischt. Wir müssen alle einmal einen. Oh. 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 Wie viele Würfe hat mir Speer? Speer wurde gebufft, ne? Ich habe keine Ahnung. Jemand mit drauf geschossen, sonst wäre es moduliert. Weißt du ihn? Eine Einheit. Das sehe ich gern. Das ist unruhig. Was zu ihm? Ganz recht. Die Frage ist, was für einen Rudik hat er? Da kommt noch mehr. Entschuldigung, da kommt noch mehr. Ah. Das ist gut. Ich fühle mich ein bisschen allein. Luke auch. Wenn das rechts drüben die Frage ist, was sind die anderen? Da kommt von links. Ey, auf die Range auch noch 18 ist actually not bad für den Roll, den ich habe. Das ist ein Fehler, ich weiß es selbst, was denn durchs. Warum immer ich? Oh Gott, mir geht's gut. Gelogen. Mir geht's scheiße. Oh, die müsste auch sein, oder? Ruf den praxianischen Orden. Ruf die Thanatonauten. Die Gänse im Schriftgelehrten. Ruft alle beisammen. Bin bei dir, mein Freund. Ah, nervt mich. Ich habe am Anfang vergessen aufzunehmen. Leider, Aufnahmen nicht weitergeführt. Weiter so. In der Mehrheit liegt die Krathüter. Exzellent. Okay, wenn das mit der Thelen, wenn er mich auch gehandelt hätte, hätte ich geschrien. Und zwar sehr laut. Warum werde ich dann gestraightlined? No. Ich dachte, er hat ihn schon. Oh oh. Ja, ich habe nicht gemerkt, dass ich am Stein bin. Welcher ist nicht merkwürdig. Du liegst den Führung. Bleib stark. Okay, 17 ist ein bisschen wenig. Oben. Was? Wahrscheinlich Dornperk, I guess. Mein Timelag ist überragend mit den Dingern. Problem sein, dass ich noch rechts, obwohl es oben rechts drin ist. Kein Relikt wird sie vor dem Tod bewahren. What is passiert? Jetzt bist du bereit für ein episches Aufeinandertreffen. Not me. Nice. Das ist wunderschön. Ich komme wieder. In der Mehrheit kommen noch mehr. Wo soll ich denn hin, bitte? Die Fight, der ist schon richtig? Oh no, der ist ja fast tot. Oh, das war nicht alles gut. Oh, das ist nicht alles gut. Das war der neben mir. Ich habe mir Flaut weggeworfen dafür. Oh, shit, wahl. Oh, damn it. Oh, Gott. Dass das nicht schief ist, ist ein Wunder. Oh, shit. Oh, shit. Ich habe absolut neben ihn geschossen. Geile Hitbox. Alter, was war... Ja, Mann, mein Dorn-Cut. Mein Gameflick anzulecken, es kommt ein Dorn-Cut. Find ich gut. Bin bei dir, mein Schatz. Bist du bereit für ein episches Aufeinandertreffen? Zweifach erwischt. Ich habe mein Dash so hart verkackt, mir das nervt mich jetzt schon. Kann ich damit auch? Ne. War aber klar. Ein Einsatztrupp geht durch dick und dünn. Oh, Gott. Ja, also werde jemand dran gestorben, dass mein Bett gewesen ist. Ich habe ja alles verschossen auf den. Ich muss nach dem nächsten Nade stacken, weil die Nade wechseln. Doch, die Range ist halt eigentlich okay. Warte ab, bis ich da noch mehr Range drauf habe, wenn ich es gecraftet habe. Okay, also den Tod, mich zu killen, hat es ich eigentlich verdient, so wie ich es verschossen habe. Zwei für ein. Ey, es tut mir fast leid, dass die beiden mich nicht bekommen haben. Relikt-Kills. Das war jetzt die Lade. Ne, ich bin nicht komisch. Oh, Gott, blöch. Oh, Gott, blöch. Zwei für ein. Mein Gott, ich hätte den Dünner runter können. Der hat nämlich nicht getroffen. Haben die ihn? Die haben ihn. Abgelogen. Wir haben ihn. Wo habe ich ihn hingeschossen? Wo habe ich ihn hingeschossen? Der hat Eier aus Stahl. Der springt mit ins Feuer rein. Oh, no. Okay. Irgendwas haben die Relikte gegen mich, oder? Dass ich immer das Abweg bekomme. Zwei Leute rennen vor mir rum. Ich kriege das Relikte ins Gesicht. Das ist eine absolute Frechheit. Oh, oh. Oh, bleib ich nach. Leiche, perfekt. Ich habe drei Damage auf den gemacht, wenn überhaupt. Abonniert. Bis zum nächsten Mal.